So, dann freue ich mich jetzt besonders, jetzt fange ich nochmal ganz nur an, auf Dr. Sebastian Brünger von der Kulturstiftung des Bundes. Die Kulturstiftung des Bundes werden Sie kennen, wenn Sie in der einen oder anderen Form irgendwann einmal eine Förderung vielleicht bekommen haben. Sie verwalten nämlich diverse, sehr interessante Programme im wirklich breiten Feld der Kunst und der Kultur. Aber was für mich immer besonders war bei der Kulturstiftung des Bundes, war mein Eindruck, dass Sie hier in den letzten Jahren angefangen haben, das Thema Nachhaltigkeit strukturell zu erarbeiten. Strukturell in dem Sinne, dass ihr euch Fragen gestellt habt und dann Projekte entwickelt, um diese Fragen zu verifizieren, zu validieren oder eine Antwort zu bekommen. Und das fand ich wirklich beeindruckend zu sehen, wie konzentriert ihr da Schritt für Schritt gegangen seid. Also die, die euch nicht davor gekannt haben, kannten euch sicher dann spätestens ab dem letzten Jahr, wo ihr die Klimabilanzpiloten mit 19 Institutionen gemacht habt und dadurch einen ganz wichtigen Impuls in den Sektor hinein. Nämlich wirklich auch in einem, ich habe das ein bisschen als ergebnisoffenes Convoy-Verfahren empfunden, nämlich lass uns mal rausfinden, wie das geht. Was sind Herausforderungen? Wie weit wollen dürfen? Können wir eigentlich kommunizieren? Und ich fand das gut, weil der Prozess schien für mich nicht starr, sondern das hat man ja auch in der Dokumentation gesehen. Manche von den Institutionen sind sehr tief gegangen, Scope 1, Scope 2, Scope 3 und bei anderen hat man gesagt, naja, wir haben die jetzt einfach mal rausgelassen, die Mobilität, weil die uns im Rahmen der möglichen Ressourcen nicht zu erfassen war und zeigt aber auch wirklich einen ganz gesunden Angang. Man muss ja nicht immer sich sklavisch an den Standard halten, sondern erst mal versuchen zu verstehen, wie es denn eigentlich gehen kann. Das fand ich toll und deswegen freue ich mich umso mehr, weil zwischen den Zeilen, jetzt kommt ein Cliffhanger, ich vermute zu wissen, dass interessante Aktivitäten bei euch vor der Tür stehen und hoffe sehr, dass du das eine oder andere dazu sagen wirst. In dem Sinne, die digitale Bühne ist deine, zugeschaltet aus Berlin, Dr. Sebastian Brünge. Super, vielen Dank, Jakob. Vielen Dank für die Einladung, hier mit dabei sein zu können. Ich finde es wirklich großartig zu sehen, gestern und heute hier, wie viele Personen da sind und diese Einblicke in die laufenden Prozesse, das ist wirklich super wertvoll und vielen Dank in dem Sinne auch an euch, Jakob, ans Aktionsnetzwerk, diese Dynamik hier im Kultursektor sichtbar zu machen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal in meine Notizen vom letzten Jahr geschaut, vom letzten Forum Betriebsökologie und da ist mir aufgefallen, wie sehr wir da noch drüber gesprochen haben, warum und ob und warum die Klimakrise eigentlich auch ein Thema oder sozusagen aufdringlich ist für den Kultursektor. Und das scheint mir inzwischen viel stärker zu einer Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Wenn die großen politischen Klimaziele eben auch nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu erreichen sind, dann sind Transformationsprozesse auch im Kultursektor eben unausweichlich. Und wir als Kulturstiftung fühlen uns dieser Perspektive verpflichtet. Wir wollen uns selbst als Stiftung, als Förderinstitution hier verbessern, auch dazulernen im Rahmen unserer EMAS-Zertifizierung, die ähnlich wie die KBB gestern 2012 mit dem Festival Überlebenskunst startete. Und wir wollen eben auch unsere Kooperationspartner und Fördermittelempfänger dazu motivieren, ihre Aktivitäten ökologisch nachhaltiger umzusetzen. Wir sehen uns als KSB, als Kulturstiftung da in der Rolle, als Impulsgeberin eben modellhafte Projekte zu fördern. Die Kulturstiftung hat eine besondere Rolle im Rahmen der Kulturförderung, im Rahmen der föderalistischen Kulturförderung in Deutschland. Wir sehen uns hier als Ermöglicherin von beispielgebenden praktischen Erfahrungen und sehen unsere Impulse dann eben auch als Teil einer größeren Bewegung, gerade eben jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, im Kulturbereich mit anderen Förderinstitutionen, aber eben auch mit anderen Initiativen und anderen Akteurinnen wie eben euch, dem Aktionsnetzwerk, dem Deutschen Kulturrat, der kulturpolitischen Gesellschaft, aber eben auch den vielen spartenbezogenen Netzwerken, die es inzwischen gibt. Und nicht zu vergessen natürlich die Arbeitsgemeinschaften, die ja hier auch schon sichtbar wurden, die eben in den vielen Kultureinrichtungen jetzt auch schon aktiv sind. Und ich möchte hier heute kurz von zwei Initiativen vom letzten Jahr berichten und dann tatsächlich das neue Förderprogramm der Kulturstiftung in dem Bereich skizzieren. Und dafür starte ich doch auch mal jetzt hier die... ...eine Gase. Das sollte jetzt zu sehen sein. Eine Initiative hat die Kulturstiftung letzten Sommer zur Idee der Kreislaufwirtschaft und Kulturbetrieb unternommen. Das wollte ich hier gerne erwähnen, weil das für uns echt ein Herzensprojekt war und weil Jakob ja auch mehrfach betont hat, es geht eben nicht nur um sozusagen die Erbsenzählerei in den Klimabilanzen, die ist wichtig, aber auch andere Prozesse. Und für uns war dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Kulturbetrieb ein besonderes, denn, wie viele von euch das ja auch erleben, Materialien wie Bühnenbilder und Ausstellungseinrichtungen werden oft nach ihrem Gebrauch einfach entsorgt. Und dabei gibt es ja gute Beispiele, wie das in der Praxis funktionieren kann, wenn Dinge weiter genutzt werden. Es klang gerade schon in Dresden an, wo es eben auch so eine Materialinitiative gibt. Eine der bekanntesten ist eben die Hanseatische Materialverwaltung in Hamburg oder auch Hofkatz in der Schweiz. Wer das noch nicht kennt, das sind eben Orte des Materialtauschs, der Materialaufbewahrung und Weitergabe. Zum Beispiel in Hamburg sind es eben Kultureinrichtungen, auch Filmproduktion oder Messebauer, die bestimmte Objekte und Materialien hier in die HMV bringen und damit eben auch Entsorgungskosten sparen. Und zugleich können dann eben andere Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen, aber auch freie Künstlerinnen und Vereine eben hier hinkommen und die Materialien und Objekte finden, die sie für ihre Projekte brauchen. Und das ist sozusagen, so entsteht ein Fundus, kreativ, sozial, ökologisch für alle. Das ist einfach super. Vor diesem Hintergrund haben wir im letzten Sommer als Kulturstiftung gemeinsam mit verschiedenen Kulturinstitutionen und Materialinitiativen aus dem Bundesgebiet zu einer Workshop-Reihe eingeladen. Die in drei Orten stattgefunden hat, in Frankfurt, Berlin und Leipzig. Und Ziel war eben hier zum einen die Erkenntnisse und die Erfahrungen zu bündeln von den verschiedenen Materialinitiativen, die es inzwischen gibt. Und zum anderen eben Akteurinnen aus dem Bereich Kultur, Politik, Verwaltung und Aktivismus zusammenzubringen, um zu überlegen, wie diese Orte entweder initiiert oder auch dann gestärkt werden können. Denn die Idee, so sah das dann in Leipzig beispielsweise aus, die Idee dieser Orte ist erst einmal, finde ich, sehr bestechend und einfach, aber die Umsetzung dann oftmals schwierig. Zuallererst immer die Frage, wo ist eigentlich genug Platz, wo ist Raum für solche Orte, für Materialaufbewahrung und Lagerung. Dann nicht zuletzt die Frage, welche Instanz, welche städtische Instanz finanziert und fördert solche Orte. Ist das Umweltamt, Kulturamt oder eben die Kreativwirtschaftsförderung? Gibt es genug Nachfrage und Angebot für solche Orte? Und nicht zuletzt, das war ja offenbar auch gerade in der Breakout-Session in Dresden kurz, das Thema, wie steht es mit Urheberrechts und Haftungsfragen? Das ist nämlich auch nicht ganz einfach. In Leipzig, Berlin und Frankfurt ist es uns mit den Teilnehmerinnen da gemeinsam gelungen, einen nächsten Schritt zu initiieren. In allen drei Städten haben sich Arbeitsgemeinschaften aus Kultur, Politik und Aktivismus eben dann zusammengeschlossen und treffen sich jetzt in diesem Jahr weiter, um dort weiterzuarbeiten. Ich finde, diese Orte können wirklich beispielgebend sein, sind großartig. Und hier ist diese, die, die es, die Größeren, die es jetzt auch gibt, haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen, Initiative für Materialkreisläufe, die vielleicht für den einen oder den anderen von euch eben auch interessant ist, wenn hier Unterstützung gebraucht wird. Ein zweites Projekt, was wir letztes Jahr abgeschlossen haben im Sommer, war eben das besagte Projekt zur Klimabilanzierung. Der Ausgangspunkt war natürlich hier ganz klar die Frage, die viele von uns umgetrieben hat oder zum Teil auch noch umtreibt, die Frage zur Klimakrise im Zentrum. Wie beginnen? Wo starten? Und vor diesem Hintergrund hatten wir ursprünglich 20 Kulturinstitutionen eingeladen. Am Ende sind es 19 geworden, die ins Ziel gekommen sind sozusagen. Hier in einem ersten Schritt tatsächlich das, wie Jakob, du es gesagt hast, zu erproben, ergebnisoffen tatsächlich zu gucken, ist dieses Instrument der Klimabilanzierung im Kulturbereich gut, sinnvoll, macht das Sinn, den eigenen CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Und die Pilotgruppe bestand eben aus verschiedenen Häusern, aus verschiedenen Sparten mit unterschiedlichen Größen, Ausgangsbedingungen und Vorerfahrungen. Und die teilnehmenden Einrichtungen wurden dann eben über einen Prozess von vier Monaten dabei begleitet, durch eine Umweltmanagementagentur, die Bilanzen zu entwickeln, das Wissen dazu zu entwickeln und eben auch untereinander sich dazu auszutauschen und zu lernen. Die Schritte dieser Klimabilanzierung, das werde ich jetzt nicht durchgehen, weil zum Teil wisst ihr das alles schon selber, habt es zum Teil auch selber schon gemacht, oder ihr habt es vielleicht an anderer Stelle auch schon gehört. Wer dazu mehr wissen möchte, zu diesem Pilotprojekt, der kann auch auf der Webseite der Kulturstiftung des Bundes eine Dokumentation einsehen. Dort gibt es eben genau diese Arbeitsmaterialien, die ersten Schritte, Handlungsempfehlungen, die diese Prozesse erläutern. Ich möchte an dieser Stelle zwei Ergebnisse aus dem Pilotprojekt kurz skizzieren. Das eine ist eben das Feedback aus den Häusern, die nämlich zum einen gesagt haben, ja, also die Datenerhebung war definitiv aufwendiger, als sie ursprünglich gedacht haben. Und natürlich erst recht in diesem Lockdown-Zeit mit Kurzarbeit, das war echt nicht von Pappe. Aber die Kultureinrichtungen haben dann im Nachhinein auch alle durch die Bank gesagt, dass die konkreten Zahlen, die sie dann hatten, und so sah das dann aus, dass hier beispielsweise für die Staatskonomi in Rheinland-Pfalz und das Lehmbachhaus, dass diese ersten Statusanalysen absolut hilfreich sind, um zu sehen, in welchen Aktivitätsfeldern entstehen denn unsere Emissionen und von da aus dann eben weiterzudenken. Das sind Maßnahmen, die wir uns überlegen können. Vielleicht Tim Schumann ist ja auch, spricht nachher, vielleicht wird er auch darauf kurz eingehen, die hier mit dabei waren, mit der Stadtbibliothek Pankow und der Heinrich-Böll-Bibliothek. Viele von den Einrichtungen planen jetzt auch weiter, die Klimabilanzierung weiterzuführen. Und das freut uns natürlich, weil, das muss man auch ganz klar sagen, das ist so ein bisschen die zweite Erkenntnis, die Zahlen, die hier erhoben wurden, das sind erste Annäherungen. Da sind manche tiefer in die Datenhebung vorgedrungen, andere weniger. Und wir haben sozusagen hier verschiedene Schritte gemeinsam gemacht. Insofern ist sozusagen auch eine Zahl, die jetzt auch viel ventiliert wurde, die dabei rauskam, im Durchschnitt hat eine Einrichtung 1100 Tonnen CO2-Äquivalente verursacht im Jahr 2019. Diese Zahl ist auch echt mit Vorsicht zu genießen, weil die Datengrundlage war so unterschiedlich, zuteil in den verschiedenen Häusern, dass jetzt ein Vergleich oder Durchschnittswerte echt eigentlich noch keinen Sinn machen. Das hat ja QIRA vorhin angedeutet, das macht bei Julius Bicycle einfach deutlich mehr Sinn, weil die einfach schon eine ganz andere Datengrundlage haben für die Benchmarks. Grundsätzlich lässt sich aber, glaube ich, auch schon in diesem Pilotprojekt eine häuserübergreifende Tendenz beschreiben, dass die Klimatreiber in den, zum Beispiel in unseren Pilotgruppeneinrichtungen sind ganz klar eben in der Infrastruktur. Das ist die Klimatisierung der Gebäude, das ist ein großer Faktor. Und der zweite große Bereich ist die Mobilität. Und hier insbesondere die Publikumsanreise, dann die eigenen Dienstreisen, beispielsweise im Theaterbereich eben die Gastspielreisen oder auch die Transportlogitik. Hier beim Lemberhaus eben der Leihverkehr, der ordentlich zu Buche schlägt. Für die Kulturstiftung war dieses Projekt ein vergleichsweise kleines Projekt, eine kleine Initiative, allerdings eben mit wirklich erfreulich hoher und positiver Resonanz. Aber wir befinden uns hier mit diesem Projekt eben auch noch auf der institutionellen Ebene, quasi mit sehr viel Vogelperspektive, mit sehr viel Flughöhe. Und hier gilt es natürlich von dieser Perspektive aus, große hausübergreifende Entscheidungen zu fällen. Aber ebenso wichtig ist natürlich die Summe an vielen kleinen Alltagsentscheidungen im Betrieb. Und die werden häufig eher in Projekten getroffen. Und in Gesprächen, die wir als KSB mit vielen Akteuren im letzten Jahr auch geführt haben, kam immer wieder die Frage dann, was bedeutet es eigentlich, wenn man Klimaneutralität, worüber alle sprechen, wenn man das in der Kulturförderung konsequent einfordert und in Projekten tatsächlich dann konsequent umsetzt? Wird dann alles langweiliger oder wird dann alles teurer? Das müssen wir halt ausprobieren. Und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt eben frisch, jetzt aktuell neu, ein neues Förderprogramm aufgelegt. Das nennt sich Zero, klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte, die eben insbesondere die Klimawirkung von einzelnen Projekten untersuchen möchten. Und Kern des Programms ist hier eine antragsoffene Projektförderung im Fonds Zero. Und Jakob hat es ja gestern in der Einleitung auf jeden Fall erwähnt mit den Elefanten im Raum, was Klimaneutralität eigentlich hier bedeutet. Und was bedeutet es in der Kunst? Und das ist tatsächlich genau das, was wir mit diesem Fonds Zero herausfinden wollen. Wir wollen Kultureinrichtungen dabei unterstützen, klimaneutrale Produktionsformen und neue Ästhetiken einer ökologischen Nachhaltigkeit hier zu erproben, um gemeinsam zu lernen, wie innovative künstlerische Arbeiten mit geringstmöglicher Klimawirkung realisiert werden können. Und gefördert werden hier 20 Projekte, circa 20 Projekte, auch hier wieder modellhafte Vorhaben, die hoffentlich aus denen andere lernen können. die dann erproben können, wie sozusagen diese Aspekte Betriebsökologie und Maßnahmen auf der einen Seite und künstlerische Strategien und Ästhetiken auf der anderen Seite eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind und wie die ineinander wirken, von der Planung über die Durchführung bis eben dann auch zur Abwicklung und Weiterverwendung. Antragsberechtigt sind hier Kultureinrichtungen mit eigener Infrastruktur, das heißt vor allem eigenen Spielstätten, eigenem Personal, eigener Technik aus allen Sparten, die die KSB fördert. Antragssumme ist mindestens 50.000 Euro. Das ist grundsätzlich so bei der Kulturstiftung und maximal bis zu 140.000 Euro sind hier möglich. Es gibt hier auch typisch für die Kulturstiftung, eben kennen viele von euch, die Kofinanzierung von 20 Prozent durch Eigen- und Drittmittel. Und Antragsschluss ist der 1. Juli 2022. Wir wollen hier tatsächlich auch schnell mit anwählen. Normalerweise machen wir längere Antrags, also längere Phasen für Antragsberatung und Projektentwicklung. Hier möchten wir, weil es eben noch das Thema erfordert, schneller sein und Antragsschluss ist 1. Juli. Jury ist dann im Herbst und die Förderzeiträume für die Projekte sind dann zwei Jahre, die mal da um 2023, 2024. Wichtig ist hier eben, dass künstlerische Inhalte der Projekte dabei frei gewählt werden können. Das heißt, die Projekte müssen sich inhaltlich thematisch nicht mit der Klimakrise auseinandersetzen. Da kann es um alles Mögliche gehen. Es geht hier vor allen Dingen eben um die Produktionsformen. Das Besondere an diesem Fonds ist nun, dass die Kulturstiftung das erste Mal hier ein Programm aufsetzt und einen Fonds einrichtet, der mit konkreten ökologischen Auflagen verbunden ist. Im Zentrum sagt der Name, alle Projekte müssen am Ende klimaneutral sein. Das heißt Net Zero, Net Null Emissionen. Und dafür müssen Sie eine hausinterne Klimabeauftragte oder einen Beauftragten bestimmen, der das Projekt koordiniert. Sie müssen Klimabilanzerstellung durchführen. Zunächst zu Beginn fürs Haus, um dann zu lernen, wie es geht und dann konkret das Projekt begleiten zu können. Und das bei der Klimabilanzerstellung ist natürlich wichtig, wo das auch hier natürlich Kompetenzen gefragt sind. Und das heißt, alle projektgeförderten Teams werden dann über den Zeitraum des Fonds durch eine Akademie begleitet. Dort gibt es ein professionelles Coaching. Auch hier wieder durch erfahrene Beraterinnen und Berater, die eben die Teams begleiten werden auf diesem Weg. Ein kritischer Aspekt ist natürlich hier genau die Frage der Klimaneutralität und die Frage damit von Kompensationen. Und wir haben uns als Kulturstiftung auch länger hier gefragt und waren im Austausch, wie wir eigentlich als Förderer darauf hinwirken können, dass die Projekte tatsächlich primär Emissionen vermeiden und reduzieren. Und erst wirklich in einem letzten Schritt die wirklich unvermeidbaren Restemissionen dann kompensieren. Und im Fonds Zero ist es so, dass Kompensationsmaßnahmen grundsätzlich zuwendungsfähig sind, aber eben nur in einer Höhe von bis zu 1% der Projekte gesamt kosten. Das ist sozusagen jetzt unser Dreh, wie wir versuchen wollen, um dort gut zu motivieren. In einem durchschnittlichen Projekt, was 150.000 Euro vielleicht von den Gesamtkosten ausmacht, können diese Projekte dann 1.500 Euro für Kompensationsmaßnahmen aufwenden. Wir hoffen so, mit diesem Fonds eben 20 Modellprojekte zu ermöglichen, die zeigen, wie eben exzellente Kunst mit geringstmöglicher Klimawirkung realisiert werden können und wie eben betriebsökologische Maßnahmen mit künstlerischen Strategien zusammenhängen und wie die Kultur hoffentlich dann in Zukunft informiertere, klimasensiblere Entscheidungen treffen und idealerweise am Ende auch klimaneutral arbeiten kann. Und weitere Infos finden Sie auf der Webseite. Für uns als Stiftung, das hat Jakob zu Beginn angedeutet, gibt es aber noch eine zweite Ebene, die über diesen Schritten liegen, über den Pilotprojekt der Klimabilanzen und auch über diesen Programm Zero, weil das mit uns, für uns, mit einer kulturpolitischen Frage verbunden ist, wie Nachhaltigkeit grundsätzlich eben in die Fördersysteme, in die Kulturförderung implementiert werden kann. Weil das ist ja ein anderer großer Elefant im Raum. Was macht eigentlich die Kulturförderung? Tiara hat das in ihrem Beitrag ja auch vorhin angedeutet. Im internationalen Vergleich ist Kulturförderung hier noch etwas zögerlich, hier sich das Mandat auch zu nehmen und über Bedingungen oder Auflagen eben aktiver dazu anzuhalten. Gleichzeitig in Deutschland erlebe ich immer mehr Förderinstitutionen und auch Trägerinnen von Kultureinrichtungen, die aber hier über diese Rolle nachdenken. Und wir haben gestern Achim Königke für Würzburg gehört, heute Juliane Moschel für Dresden. Hier wird eben auch über alternative Kennzahlen nachgedacht, über alternative Berichterstattungsformen. Denn schließlich sind auch die Bundesländer und die Kommunen haben sich Klimaziele gesetzt und die werden früher oder später auch in der Kulturförderung ankommen. Also hier wird es um die Verknüpfung von Fördermittelvergabe und ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit gehen, mittels Anreizen oder Auflagen. Und dadurch, dass die KSB eben eine Projektförderin ist, ist Zero, das Programm eben für uns auch eine Art Test hier, wie Klimabilanzierung als Auflage für Projektförderung in der KSB funktionieren könnte. Und wir sind gespannt, welches Ergebnis dann hierbei rauskommt, wie wir hier gemeinsam lernen werden. Und ob es ein Weg ist, Klimabilanzierung als Auflage zu machen, wie das der Arts Council in England mit Julie's Bicycle eben schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich macht. Oder ob es sinnvoll ist, eben auch noch einen Schritt weiter zu gehen und Klimabilanzierung tatsächlich hier mit konkreten CO2-Budgets zu verbinden. Das wird alles nicht ganz simpel, aber auf jeden Fall ein spannender Prozess. Und ich freue mich auf die nächsten Monate, bin gespannt auf die Fragen und die Projekte, die wir hoffentlich hier gemeinsam dann sehen werden. Und freue mich über jeden und jede von Ihnen, die Lust und Interesse hat, diesen Weg mitzugehen. Und für weiteres gerne auch gleich im Breakout. Vielen Dank.